Südkorea Interview mit Dennis Quintero, dem Torwart des FSV Rheinfelden nach dem 1-0 Sieg gegen den FC Emmendingen. Dennis, Gratulation! Du bist Neuzugang, aus der Schweiz gekommen. Wie gefällt es dir denn in Rheinfelden? Ja, mir gefällt es viel. Die Mannschaft hat heute eine gute Leistung. Letztes Wochenende war es super. Die Stimmung ist super, mit den Jungen zu spielen. Da habe ich mir gut gefällt auf dem Platz. Jetzt laufen gerade die Feierlieder. Kannst du schon deutsche Partylieder singen? Ja, nicht ganz. Aber ja, es geht. Bist du am Lernen? Genau. Jetzt mit Rheinfelden. Dein Bruder ist ja der Danny Quintero. Du bist der jüngere Bruder, 27. Genau. Und wo ist denn Danny? Mein Bruder Simon ist heute gerade von Kuba zurückgekommen. Er war ja seit acht Jahren hier in Deutschland nicht mehr zurück nach Kuba. Und konnte vor zwei Wochen wieder zu unserer Familie in Kuba gehen. Und ja, heute wieder zurück. Ja, also aus dem Urlaub zurück. Genau. Aber noch nicht auf dem Sportplatz. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, am Montag bin ich wieder bei euch. Okay. Ihr wechselt euch dann ab im Tor. Jeder darf einmal rein. Ja, wir werden sehen. Ja, vielleicht. Der Eins ist der Rhein und Danny ist der Rhein. Ist er die Nummer eins? Genau. Ja, mal schauen. Ja. Lebst du hier in Rheinfelden? Ne, im Moment wohne ich in Hügelheim, Mühlheim. Ja. Und du bist verheiratet oder? Genau. Ich bin verheiratet. Ich bin eine Schweizerin, Frau. Meine Frau heißt Barbara Kintero. Ja. Eine Schweizerin. Schweizerin, genau. Und du spielst jetzt beim FSV Rheinfelden. Genau. Sie war auch da oder unterstützt dich dann auch? Ja, heute leider nicht. Heute ist sie zu Hause geblieben, aber sie ist bei jedem Mal dabei. Ja. Jetzt habt ihr 1-0 gewonnen. Ihr seid ein bisschen weg von den Abstiegsplätzen. Ziel ist sicherlich, dass ihr in der Landesliga bleibt. Ja, ja. Sicher. Also kein Abstieg. Okay. Gut. Dann wünschen wir dir noch, dass du hier feierst. Feiert ein bisschen. Und toi, toi, toi für die nächste Zeit. Dankeschön, Dennis. Danke, Herr Wimann. Danke, Herr Wimann.